Ich möchte, dass wir hier stolz auf Sie sein können. Sie haben wahres Talent. Aber Sie müssen Studiengebühren bezahlen. Ich komme für ein Stipendium nicht in Frage. Nächste Woche sind 60.000 Dollar für die Uni fällig. Da habe ich noch nicht mal was gegessen. So ist das Leben, Mr. First. Du willst die Gebühren beim Glücksspiel gewinnen? Muss echt netz sein, wenn man die ganze Ausbildung bezahlt bekommt. Ich glaube, die haben dich abgezockt. Das ist weit außerhalb der Norm. Ivan Block betreibt auch weiterhin eine führende Online-Poker-Website in Costa Rica. Du fliegst in ein Land, in dem du noch nie warst und die Sprache sprichst du auch nicht. Weißt du eigentlich, wie verrückt das ist? Ich bin Ivan. Richie First. Das ist die Bank. Wieso die Bank? Weil die Bank immer gewinnt. Und deshalb müssen wir auch niemanden betrügen. Aber die Berechnungen sind korrekt. Habe ich was übersehen? Nein. Ein Pansor-Programmierer hielten es für eine gute Idee, ein Hintertürchen in Code zu schreiben. Hast du entdeckt? Und mir gesandt. Das ist für deine Bemühungen. Es sei denn, du hast Lust, noch etwas zu bleiben und es in der echten Geschäftswelt zu versuchen. Ein garantiert siebenstelliger Betrag in den ersten 18 Monaten. Bin gespannt, wofür du es ausgibst. Was sagst du? Was denkst du? Nennen sie mich Agent Chabas. Ist das FBI jetzt unter die Kidnapper gegangen? Bestechung eines Beamten, organisierte Kriminalität. Sie haben keine Ahnung, wo sie da reingeraten sind. Warum ist das FBI hinter mir her? Stell dir eine Frage. Tust du irgendwas Illegales? Sag du es mir. Hallo? Du musst was für mich erledigen. Mein Freund! Sag deinem Boss, ich schicke ihm meine Nachricht. Block! Du hast mich reingelegt. Das ist dein Job. Wenn du einen ungefährlichen Job willst, geh zur Post. Wenn du ein reines Gewissen willst, geh in die Kirche. Aber wenn du eine eigene Insel willst und dein Boss sagt, geh los und lass dich verprügeln. Gehst du los, machst es, kommst zurück zur Arbeit und sagst, soll ich nochmal hingehen? Sie besorgen uns Beweise gegen Block. Ich muss aus der Sache rauskommen, aber das schaffe ich nicht allein. Das sind Krokodile. Ja. Die erinnern mich an die Leute, die versuchen, mich zu bescheißen. Was willst du jetzt tun?